Das war schrecklich. Hey, Buzz. Ich liebe das Geheimversteck. Der viele Müll und Duft von Traurigkeit machen es zu einer runden Sache. Moment, warte. Wer bist du? Mein Name ist Nimona. Und wie bist du? Wow, ja, krasser Arm. Hat es stark geblutet? Was? Hast du den alten behalten, Dillen? Lass los! Das stimmt nicht mit dir. Kann ich das behalten? Was legt das hin? Das ist nichts für kleine Kinder. Kleine Kinder? Okay, für wie alt hältst du mich? Keine Ahnung, zehn? Okay, hilf mir. Mehr oder weniger als zehn? Du kennst nicht gerade viele Kinder, hm? Weißt du was? Nein, und so soll es auch bleiben. Du musst gehen. Ich bin doch wegen des Jobs hier. Job? Welcher Job? Oh, steht alles hier in meiner Bewerbung. Das sind nur ein Haufen Kritzeleien. Ziemlich verstörende Kritzeleien. Oh, das bin ja ich. Auf einem Nashorn und ich spieße mehrere Wachen auf zu einem menschlichen Kebab? Ja, gefällt's dir? Ich dachte, etwas Bildliches würde meine Chancen verbessern. Was? Hier oben. Also, was den Job angeht. Welchen Job? Den Job als Psychic, du weißt schon. Jemanden für den Rachefeldzug gegen diese kalte, herzlose Welt, die dich verstoßen hat. Sollen wir ein Dorf überfallen, Untertauchen, bis sie dich vergessen haben? Und dann erheben wir uns wie der Phönix aus der Asche und stürzen die Regierung. Oder wir reden nur.